Ein bisschen dankbar sind wir dem Coronavirus ja in Sachen Homeoffice. Denn was zur Eindämmung der Pandemie sein musste, macht uns Eltern heute möglich, unsere Kinder in den Ferien zu betreuen, ohne direkt Urlaub nehmen zu müssen. Damit die Arbeit und die Ferienzeit der Kinder gut zusammenpassen, kann man ein paar Dinge tun. 1. Schlafenszeiten verschieben Kinder lieben langes Aufbleiben in den Ferien und irgendwann führt das dazu, dass sie auch morgens länger schlafen. Die zwei oder sogar drei Stunden eignen sich ideal, um schon mal das Wichtigste für den Job wegzuarbeiten. 2. Richtet Schichtdienste ein Braucht man für ein Meeting oder wichtiges Telefonat absolute Ruhe, sollte man Schichtdienste vereinbaren, in denen der jeweils andere Elternteil die Kinderfragen und Ideen entgegennimmt. Wer allein im Homeoffice ist, geht direkt zu Tipp 3 über. 3. Nutzt digitale Angebote Auch TV, PC oder Tablet können zu wichtigen Terminen eine Hilfe sein. Sucht man noch dazu ein pädagogisch wertvolles Programm aus, braucht man deshalb kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn damit sind die Kids beschäftigt und lernen sogar noch etwas. 3. Entschuldigung 4. Einen 4. Einen 5. Einen 5. Einen